Da wird natürlich der Spielfluss extrem unterbrochen. Und man sieht, der Spieler... Wie bitte? Nee, nee, das war ein Hockmein bei Reikos. Das ist doch. Also ich... Wir dürfen die Darmstädter auch mal einen Schutz nehmen, gerade gestern. Die sind wenigstens mal vom Tor der Bayern aufgetaucht. Da gibt es andere Mannschaften, die haben das nicht gemacht.